Die Gruppe der wohlhabenden, nicht mehr arbeitenden Bevölkerung wächst. Die Silver Society setzt aufs Stadtleben. Sie will in die City. Die Silver Society weiß Internet und soziale Medien zu nutzen und hat politischen Einfluss. Sie hat eine hohe Lebenserwartung und will möglichst lange zu Hause wohnen. Deshalb werden neue infrastrukturelle und servicebezogene Leistungen wichtig. Das verändert die Nachfrage und den Anspruch an das Raum-, Wohnungs- und Dienstleistungsangebot. Es braucht neue Services. Es braucht neue Communities, kreative Raumkonzepte, neue Kommunikationsinfrastrukturen. Levit hat die Silver Society zu einem strategischen Schwerpunkt gemacht. Sie bereitet Eigentümer und Mieter auf die neuen Anforderungen und Chancen vor. Die Zukunft kann kommen. Wir sind bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017